Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Armees haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrund. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Der ist erledigt. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamerauf und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von ihr. Tja, wir warten auf uns, wenn du da was. Wir werden das beaconiert. Wir vermeln diese Sp threatenen. Wir brauchen die Schlage. Wir brauchen die Schlage. Und das ist das, was wir mit der Schlage und die Schlage rißen. Das gilt für die Schlage. Das gilt für die Schlage. Das ist die Schlage. Die Schlage. Der Schlage. So, ein paar Claymore-Sortet-Fürplatz hier. Und dann den Lauf der Ecke. App ihn! Er ist tot! Er ist tot! Anatolik, es ist tot! Er 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 ist tot! Riechst du das, Gäß? Ja, Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Käpt'n Preiss. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Unternationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Vanya, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Kirlang, von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gäß, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Dann alle einleiten. Angriff sofort starten. So, schalten Sie die MG-Schütze an den Fenstern aus, damit Kameras keine aus Gebäude stürmen können. Scheiße! Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarov. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Kirlang! Machen Sie hin, Kamarov. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die WM-21er und bannen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Coist hat es. Machen Sie hin, Kamarov. Es ist gut, dass ich Sie nicht mehr schrauben. Ich werde mich nicht mehr schrauben. Ich werde mich nicht mehr schrauben. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Wir bekommen Gesellschaftser. Auch nicht. Hubschrauber nähern sich schnell. Ich werde mich nicht mehr schrauben. Zeit erledigt. Preis. Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer in Kloft vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Ich werde mich zurückkommen. Entschuldige. Ich habe mich überraschend Joy. Ich bin jetzt, dass sie nicht weiterentwickeln. Dann walaue ich mich nicht mehr schrauben. Schlaube ich. Schlaube ich nicht mehr schrauben. Das ist gut. Wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden siegen, Käpt'n Preiss. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, yes. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informant was passiert. Hierher. Verabsch los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geben, ich helfe! Geh es auf die Rückseite und unterbricht die Stromzucht. Geh es vor, alle anderen bereit machen! Jetzt! Jetzt! Okay, Strom unterbrochen. Los! Geh es vor! Geh es vor, Braschenskirche! Victor, die Elektrizität ist ... Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. ... ... ... ... ... Was ist das? Wer ist das? Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1. Over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg. Ende. Los geht's! Los geht's! Wir haben die Amerikaner schon alle satan getroffen. Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Allahsat niemals lebend kriegen.